Hallo meine Lieben, bald geht's wieder los, die Confispirit Tour 2015. Und für dieses Jahr haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir werden an gleicher Stelle einen Videoblog veröffentlichen. Wir machen dieses Jahr ein Tour-Tagebuch in Videoform. Wir werden Snippets machen, also das heißt kurze Videoaufnahmen vom Aufbau des Tonstudios, von den Textworkshops, natürlich auch von den Sprachaufnahmen mit den Confis und den Pfarrerinnen und Pfarrern vor Ort. Und das machen wir für jede Gemeinde, die dabei ist. Das soll eine kleine, aber feine Erinnerung sein an einen ganz besonderen Tag, auch für uns. Dieses Jahr geht's los am 20. September in der Kirchengemeinde Starnberg. Wir freuen uns schon sehr auf euch alle. Also, bis bald, passt auf euch auf, euer Mick.